Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, weil ich nehm kurz Taschenlappe Zurück zu Blair Witch mit Oh Gott, Alter, es leckt gerade ein bisschen, das Spiel muss erst mal ein bisschen wieder aufwärmen mit Bullets Wo ist sie denn? Äh, Bullets? Komm, der ist weg Nee, nee, Bullets lebt natürlich, ne? Oh, hell Maybe we can... Ah, Goddammit, we're so close Oh, hallo Oh, hallo Okay, komm Bullets Wir gehen zurück Die waren, das war ja nicht weit Können nicht weit sein Das heißt, äh, wir können gleich auch wieder zu unseren Kollegen Oder zu unseren Ähm Ja, zu unseren Mates Zu unserer Polizeileute Weil es wird Wetten, es wird irgendwas passieren Weil es wäre ja zu einfach Zu obvious Egal Wir gehen jetzt mal dorthin, vielleicht haben wir ja Glück Hier hatten wir Bullets verloren Genau, egal Wir sollten es davon nicht Und Komm, lass auch Ne, jetzt fängt es dann wieder an Oh, ne Mach mich nicht wieder ängstlich Ja, ich komm hier Oder chill Ja, wir haben mal den Bullets Äh So Spiel Abbreche oder eigentlich Ja, egal Okay, komm Bullets Let's see So The white tree Ja, als ob wir wirklich da hinkommen Let's see Okay Now I'm here Now I'm here Landing, where are you? Still under the tree So am I What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one This doesn't make sense All of this It's just ridiculous Goddammit, Ellis It was a mistake Letting you come here You wanted to redeem yourself I get it And I wanted to help But this This is too much for you You're not thinking straight Hey, don't talk to me Like I'm crazy What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy Cause I sure as hell tried that And it didn't work Screw you, Emmett I don't need your help It's you Who needs me Now I'm the only person In this goddamn forest Who's even remotely close To finding that kid Emmett 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 You there? Emmett Emmett Goddammit 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 Oh, god Oh, god Ist das? Oh, Bullets! Es ist los, hey, hey! Bullets! Oh, oh! Oh, es Bullets, hey! Oh, es Bullets, hey! Es ist die ganze Zeit, wo es so gut! Wo können wir die Hexe? Eine Nachricht bekommen? Aber es gibt keine Rezeption. Ja? Ich denke, es geht um die Dinge, die keinen Sinn machen. Ah, okay. Oh, Chase. Ich weiß nicht, okay. Schade. Keine Verbindung. Ähm, wir müssen schon mal rumlaufen, wenn die Hexe ist, dann... ...wir nicht so schnell... ...ja... 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 ...toll... ...doch... ...ja, und jetzt... ...ja... ...wann sind wir jetzt hin? Sind wir wieder zurück? Müssen wir hier durch? Ich weiß es nicht. Gehen wir kurz in den Bunker mal kurz gucken. ...ja... 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 Aber Howie, es war ein ganzes Wachstum vor kurzem. Kann jemand mich hören? Hallo? Wer ist da? Wer ist da? Komm, Emmett, ich weiß, dass du da bist. Ich habe gerade dein Auto gefunden. Komm, Emmett, sprich mit mir. Ähm... Ähm... Jetzt kann ich es nehmen. Alles klar, Digger. Ja, Bruder, wahrscheinlich. Als ob ich es vorher nicht lesen konnte. Ach, jetzt kann ich es sparen. Äh, fucks nicht, meine ich. Ah, das Licht? Die Lichter? Die Lichter? Was? Die Lichter? Die Lichter? Die Lichter? Warum? Wer ist das? Hallo? Ja, warum nicht? Wir müssen schon mal über Licht machen. Warte, wir können mal. Ja. Oh. Hey, wo hast du ihn gefunden? Ach, es ist wichtig. Ja, gut Job. Ja, gut Job. Gut Job auf jeden Fall. Fangen wir ein? Ernsthaft? Oh, lol. Ohne Bullets? Was ist das? Oh Gott. Naja, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Hm. Ähm. Eine andere Missing Person? Oh, mein. Warte, noch mehr? Noch mehr? Was? Ja, immer besser. Ja, immer besser. Ja, und brauche einen Bullets lassen. Lassen wir jetzt einfach hier, oder was? Können wir doch nicht machen. Okay, dann machen wir doch mal das Auto an. Ah, keine Batterie. Ich sollte einen Blick unter dem Hütten nehmen. André, jetzt geht's ab. Ja, beruhig dich, Chris. Warte mal, wir müssen hier nämlich jetzt kurz... Ich wollte gerade zeigen, kann ich das hier einfach wieder ausmachen? Blöden Fusen. Das erklärt es. Ach so, ich muss die rausnehmen, die kaputten. Das ist gut, oder? Was müssen die machen? Wir haben ja zu wenig Batterien. Das ist der Frontlight, ich muss... Ich muss nur für das gucken. Hier, das Frontlight. Die 7. Die braucht 20 Ampere. Dann sollte das jetzt eigentlich gehen. Ah, toll, das geht nicht. Ist ja klar. Frontlight ist aber auch die 9. Die 9 braucht 20. Oh, shit, alter. Aber... Ich werde aber auch verrückt. Hä? Aber ist gut, jetzt sind wir aus diesem Dark Forest weg. Ich bin wirklich verloren, nicht wahr? Das ist Alice, überraschend. Emmett, ich weiß, dass du da bist. Bitte, antwortet mich. Ja, wir bekommen keine Nachricht. Die Taschenlamm können wir eigentlich auch zurück machen. Nehmen wir den jetzt, alter. Wir hier vielleicht runter. Komm, Bullet. Anstrengend, Digga. Anstrengend. Okay. Ja, du bist schon der hier. Hör mal. Nachricht. Wir haben, glaube ich, wieder Empfang. Äh, confirm. Oh. 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 Jess? Hey, I'm sorry about earlier. Just caught me at a bad time. Yeah, I noticed. Is this a better one? Yeah, definitely. It's good to hear your voice. Okay, so what are you up to? Did you hear about the missing kid? I've joined the search. I'm out in the woods right now. Bullets with me. Oh, wow. Okay. I hope you know what you're doing. Yeah. I hope so too. So, any luck with the search? Not much so far. But hey, these Bullets are happy, we're out of the house. I bet. Well, good luck. Call me if you feel like talking. I will. Emmett, I know you're there. Please, answer me. I have a lot of people. I'm sure I have a lot of people. Okay, then I'll say, we'll... Oh. We'll go in the next one. We'll go here and now we'll be right back. And now we're still in the hell. A little bit more fried. We'll go, I'll go, I'll go, I'll go, I'll go, I'll go. Tschau! Untertitelung des ZDF, 2020